Hallo und herzlich willkommen meine tierischen Freunde. Direkt zurück zu Outlast mit mir, Olme Kata und... Oh, der Ron! Der Ron-Rito! Hallo! Nein! Wir sind tot! Nochmal zu einer weiteren Folge Outlast für das schöne Halloween-Special. Ja, wir haben wohl in der letzten Folge einen ziemlich beschissenen Cut gemacht vom Spiel her. Alles deine Schuld. Ja, alles meine Schuld, weil der Knupser-Jack sofort... Wie er sofort auf uns zukommt. Nein, 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 nein! Und der Ron schon versucht direkt abzuhauen, aber es einfach nicht funktioniert. Was ist denn, wenn wir direkt in den Deckungsmodus gehen? In den Tarn-Modus? Stealth-Modus? Ja, in den Sam Fischer-Modus. Sam Fischer? Oh! Er hat dich noch begrüßt vorher, er hat noch Hello gesagt. Ja, nein, geh doch weg. hier ist nix ach scheiße was hast du für einen scheiß Punkt ausgesucht okay jetzt komm direkt direkt ich halt schon quasi links rechts auf dem Controller gedrückt damit er nach rechts geht nein das kann doch nicht wahr sein wenn ich immer wüsste wo lang meine Lieben nein 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 geh einfach geh 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 ach leck mich doch am Arsch alter ja aber geh dann erst gar nicht in Deckung sondern lauf einfach nach rechts das hat ja schon mal funktioniert ja halbwegs halbwegs richtig richtig ich hab schon wieder rechts gedrückt und jetzt müssen wir das packen wir haben noch nicht mal eine Minute und sind schon achtmal gestorben so nach dem Motto oh ich hör ihn schon ja er hat dich trotzdem gesehen das kann noch nicht wahr sein oh ich wollte das zu machen mann leck mich am Arsch was hast du gemacht das ist so wie ich kann mich daran erinnern dass ich bei Tom Brady der Angel of Darkness mal einen Speicherpunkt gesetzt hab genau wo ich in den Tod stürze ja du bist meins mein Schatz tschüss mach's gut geh ich hier richtig oder geh ich hier zurück ähm wir werden es herausfinden hauptsache ich kann mich irgendwo verschanzen ich glaube er ist immer noch da ja da sind Schränke oh so die Musik fährt schon mal runter das ist gut boah alter Vater willst du jetzt eben mal direkt mal einfach einen Speicherpunkt setzen na aber wir können nur speichern und verlassen das ist das Problem also no risk no fun das ist unser Motto ja ich glaube ich kann rausgehen oder ja ich denke mal auch so langsam kannst du dich ne keine hektische Musik komm no risk no fun von da sind wir gekommen oh oh ja jetzt darf ich wieder die ganze Kacke ausbaden ne sagen wir mal von da bin ich vorhin gekommen dann bin ich ja rechts gegangen johnny ich will da nicht lang hallo wir sind ja hier guck mal hier Batterien ich will das walkie talkie dann kann ich Hilfe rufen ich find's geil dass wir die ganze Zeit barfuß laufen und noch keinen einzigen Holzsplitter äh splitter klar splitter eingefangen haben oder Glas überhaupt in den Füßen haben so viel wie hier kaputt war oh god oh nein oh god hallo hier ist nix ok ok weiter 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 einfach weiter einfach weiter und ich guck jetzt schon zum dritten Mal nebenbei auf die Uhr weil ich jedes Mal die Zeit vergesse weil ich so perplex bin von diesem Spiel hier was sagt denn die Uhr ja alles klar ja nochmal drauf gucken hollte wieder vergessen ja so geht's mir die ganze Zeit drauf geguckt geh schon wieder zurück ne geh ich zurück ich geh doch nicht zurück verkackeier mich doch nicht warte mir ja ich geh zurück oh god ach guck mal hier wer sind denn die wie ist alles derselbe wie heißt denn der Jamal Dallier Deputy Director leck mich am Arsch wegen dir haben wir hier den ganzen Kack und da hat er mich vorhin glaube ich drin direkt erwischt ne noch nicht da oh god du musst mich ablenken du womit 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 soll ich für dich tanzen nein das ist noch schlimmer ja finde ich ja wo lang hallo man hört und sieht ihn nicht guck mal hier lecker guck mal Batterie gleich leer ja aber wir haben ja genug wir haben 5 von 5 hier oh god diese Handspannung aber ich möchte grad auch nicht aufstehen das kann ich nachvollziehen aber so ohne weiteres das ist NEIN was wieso wieso kam er da jetzt so raus nein tschüss mach's gut auf nimmerwiedersehen da kannst nix also wieder zurück ja wieder zurückgehen alles klar oh god alter war das knapp oh er kommt er kommt er kommt oh nein oh ich höre die kreise hier oh nein oh der zieht uns 100 pro raus der zieht uns raus oh mama ja musik ist noch nicht ruhig der wird auch kommen ich kann nix anderes machen so raus kannst du immer noch nicht mhm ich wills gar nicht machen ja komm schon guck endlich in die scheiß Schränke rein geh einfach geh los das kann nicht wahr sein mami ich will zu meiner mami help dann nix a body help not just anybody help ich verliere schon fast meine Stimme hier ich kreis schon wie so ein Teenager auf dem Tokio Hotel Konzert komm ich mach das jetzt einfach sei ein Mann sei ein Mann bin ich mal gespannt sei ein Mann sei ein Mann 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 ich hätte vermutet hinter dir meinst du der baul irgendwas kann er nicht einfach mal sterben gehen ich muss mal hier batterien wechseln leck mich am arsch alter mache ich hier versuchte gerade nicht in die hose zu karten ja die sprühwurst die versuche ich noch inne zu halten weil ich habe keine männerwindel an hallo ich bin der neue nachbar nein wo ist nein lass mich der hatte ich wohl noch nicht gesehen er geht zurück auch noch mal alter ich kann ja im dunkeln so gut sehen katzenaugen eingesetzt bekommen wo geht es denn links lang das weiß ich gar nicht ich habe ein knosper klaus jetzt hat er uns jetzt hat er uns hallo nicht wahr sein ich glaube die stelle die werden wir nie im leben schaffen ne halt kommt drauf an wo er jetzt wieder anfangen dürfen oh nein wieder da drüben ist der ah na 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 was hast du gemacht ich habe eine sehr schöne stelle rausgesucht oh ja oh quatsch hast du enge kurve nehmen enge kurve nehmen nein mach doch die tue zu nein lenkt mich doch am arsch das ist die ultimative ultimative hoch zwei folge fail folge aber sie wird natürlich wieder von mir gerustet und ich höre schon wie die musik wieder hoch geht enge kurve nochmal enge kurve tür zu tschüss was gut junge jetzt nur nicht irgendwo hängen bleiben er hat die tür durchbrochen falls es gehört hast ja das hat sich nicht gut angehört ich bin weg tschüss haha du lappen musik hat aufgehört kannst eigentlich direkt schon wieder rausgehen bist du dir sicher ja ok doch auf dein wort ich springe über deinen schatten springe über deinen schatten und du liest dich erstmal hin alles klar ja da kann man glaube ich nie weiter ne ne ja aber da war batterie go guck wo geht es nah lang von der rio wie blöd und schon einfach total verplant mich in der wolf ne fly wo hier war dicht block ja auch leko mir weiter ist die tür die er platt gemacht hat ach die ist jetzt ganz jetzt mal marsch wenn er uns trifft ich will erschreckt mich doch nicht so das heißt wir sind ja im endeffekt aus dem rechten raum gekommen ich höre ihn aber auch nicht das ist schlimmer ich habe das gefühl ich werde ihm jetzt direkt in die arme laufen hier ist nix hier ist nix nothing jetzt kesselt er uns gleich ein ich sehe es schon ich sehe es kommen der kesselt uns gleich ein oder doch ja das ist der raum wo wir waren legt mich doch alter vielleicht müssen wir doch durch die tür dann bleibt uns ja nichts anderes übrig ich höre ihn auch immer noch nicht er hat aufgemacht guck er hat aufgemacht ach leck mich alter meine frisse ne hier ist er doch vorhin lang gekommen ne ja hinter dir war er die ganze zeit aber wieso auch immer ist er jetzt der kam durch die tür ich höre ihn aber auch nicht einfach weiter nein 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 ich bin am arsch das kann nicht wahr sein ach leck mich doch ach nö also komm ein Versuch noch wir müssen jetzt direkt zurück in den Spind dann wieder vorpreschen dann durch und ich hab verpeilt zu laufen das hat mich jetzt kostbare Millisekunden gekostet tschüss mach's gut mein Freund eigentlich keine blöde Idee hier guck mal Bunny Hopping guck mal wie schnell das jetzt ging willst du auch gleich wieder zurückspringen nein nein ok jetzt komm Concentration ich brauch Motivation ein bisschen Musik Motivationsmusik ein bisschen Musik Motivationsmusik was willst du denn hören gib mir gib mir Eye of the Tiger du 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 ist keiner ok jetzt wieder offen sagt er kommt jetzt wieder an der tür ist dann aber das ist kritisch man der kommt erst heraus wenn ich da bin ich weiß das heißt wir machen jetzt folgendes ich hätte in die andere richtung gehen soll war dahinten links war ein spinne und hier habe ich keine ahnung wo lang oder rüber darüber 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 da kommt er nicht rüber oder dadurch 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 da kommt sie nicht durch lappen ich habe es geschafft meine fresse da fliegt mir direkt der stöpsel aus dem ohr hallo ist er ja eigentlich der papst die gucken wie sind grummig naja ist so ein pädophiler störig ach scheiß drauf ich guck da jetzt rein moin kloman ist da mutombo bunko sie jemand er sollte ich die mitte aufmachen sehr lecker aus und immer schön barfuß herein da kommt ich mache jetzt auf das ist ja ich lasse euch da mal alleine ne tschüss viel spaß noch ich hänge irgendwo ach hier an dem geding die hilfe ihr macht das schon ich mache auch mal zu und dann tschüss oh gott oh gott oh gott die szene kenne ich die ja so bleib einfach da drehe das gas ab du mich auch so neu ist ihr neues glück du machst die abmoderationen wir schon soweit im jahr wir sind ja ich glaube ja doch wir sind mittlerweile soweit warum die abmoderationen mit der bitte mit der bitte beim nächsten mal wieder einzuschalten dass er auch fleißig weiter für halloween süßigkeiten sammelt immer noch schöne leute am verarschen seit wir machen auf jeden fall wenn ihr mehr von outlast sehen wollt wie wir uns beide hier ordentlich in die hose am kacken sind hinterlasst einen comment lasst einen daumen da dann wenn wir uns einrichten ist weiter zu führen und ja und ich bin ron also wie gesagt wenn ihr das sehen wollt wie wir ich mich in der hose kacke schreibt einfach ne und und